Jetzt haben wir es rot auf weiß in der Form im August 94 erblickt die Bilanz der Runde das Licht der Fernsehwelt. Genau 633 Tage später feiern wir die 100. Auflage eines unbestreitbar zur Legende gewordenen TV-Klassikers, dessen Team in den höchsten Tönern gelobt wird. Sie meine lieben Freunde sind uns allen große Vorbilder. Eine Legende wird 50. Ernst Dokubil, einer der einfach überall seinen Mann steht. Alle parks, alle Fenster und Franz! Ach, wir sind Ordnung, Franz! Am In-Viertler-Rasen vereinen sich die Tränen aller Austria-Fans auf der Ablöse von Walter Skocic. Die Zahl der vorzeitig verabschiedeten Austria-Trainer ist mittlerweile Legende. Für Skocic ist das Kapitel Violett jedenfalls gestrichen.